Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Jetzt geht es hier bei Welt im Wandel TV um Seelenschamanismus. Und ich habe hier bei mir im Studio einen der allerberühmtesten Schamanen, nämlich den Rainbow Man, so nennt er sich. Und er wird uns jetzt im Interview erklären, wie wir besser mit unserer Seele kommunizieren, wie wir sie besser verstehen und wie sie uns helfen kann, wieder gesund und heil zu werden. Ich freue mich sehr, dass du jetzt hier bei uns im Studio bist, dass wir ein bisschen über deine Arbeit sprechen können. Du beschäftigst dich schon seit vielen Jahrzehnten mit dem Seelenschamanismus. Könntest du mal diesen Begriff erklären für Zuschauer, die sich gar nichts darunter vorstellen können? Zuerst möchte ich mich mal bedanken, dass ich hier sein darf. Das ist natürlich, Seelenschamanismus ist ein Begriff, der mit dem normalen Schamanismus überhaupt nichts zu tun hat. Seelenschamanismus kommt ganz tief aus deinem Unterbewusstsein. Und auf dieses Unterbewusstsein kannst du nur zugreifen, wenn du in der Lage bist, dich komplett auszuschalten, leer zu machen, keinen Gedanken mehr zu haben. Und dann bist du in der Lage, wenn die Seele eine Schwingung sendet von deinem Gegenüber oder wenn die Aura eine Schwingung sendet oder die Finger eine Schwingung senden, dann erst bist du in der Lage, diese Schwingungen zu deuten und mit der Seele zu kommunizieren. Das ist eigentlich Seelenschamanismus, ganz einfach. Es gibt ja Kritiker, die sagen, die Seele gibt es überhaupt nicht. Ja gut, das ist deren Sichtweise. Man sollte jedem Menschen seine Sichtweise lassen, auch den Kritikern. Und das ist wie überall. Die einen fahren mit dem Auto von hier nach Berlin, die fahren über Würzburg, die anderen fahren über Stuttgart. Jeder kann seinen Weg wählen. Nur würde ich anfangen zu werten oder zu urteilen, dann wäre das nicht mein Weg. Und die Kritiker, ob es berechtigt ist oder nicht, das ist eine Wertung. Was könnte denn eine Botschaft oder ein Zeichen unserer Seele sein, die wirklich jeder versteht? Es ist natürlich so, wir Menschen, wir missachten diese Signale, die uns die Seele ja jeden Tag sendet. Ich versuche dir da auch mal ein ganz blödes Beispiel zu sagen. Du hast in deinem Auto ein Temperaturmesser, der dir anzeigt, wie heiß dein Kühlwasser ist. Dann reicht eine Warndampe auf und dann weißt du normal, dass du was tun solltest. Und um das zu ignorieren, könntest du ein Heftplaster nehmen, die Warndampe abklemmen, weiterfahren. Und dann wirst du irgendwann spüren, dass dein Motor kaputt geht. Und so missachten wir auch diese Botschaften, die uns die Seele sendet. Und irgendwann, wenn wir das missachten, wird es schlimmer und schlimmer. Was machen wir dann? Wir rennen zum Arzt, zur Schulmedizin. Also du meinst, eine Krankheit wäre eine Botschaft? Mit Sicherheit. Die Krankheit im Anfangsstadium. Nur wir rennen dann zum Doktor, holen uns Spritzen, holen uns Tabletten und dann geht es im gleichen Galopp weiter. Und wir missachten diese Botschaft. Und die Seele sendet ja nicht nur solche Botschaften, sondern sie sendet auch Botschaften, die du körperlich spürst. Fersen, Sporn, Arthrose, Herzklopfen, schwitzige Hände, all die sind Botschaften, die wir aber ignorieren. Und wir haben tausend Ausreden für die Botschaften. Und ich denke schon, ein guter Seelenschamane ist in der Lage, diese Botschaften zu deuten und der Person eine Empfehlung zu sagen oder ihr helfen, die Blockade zu lösen, damit sie sich selber heilt. Weil das ist mir immer ganz wichtig, was wir uns bewusst machen. Niemand, niemand kann dich heilen. Nur du selbst. Die Schulmedizin ist ein ganz wichtiger Teil. Sonst wäre ich heute auch nicht mal hier nach meinem fünften Herzinfarkt. Sechs Wochen im Koma, neun Monate im Rollstuhl. Das sind schon Herausforderungen. Jetzt könnte man natürlich sagen, warum ist ein Seelenschamane, der eigentlich alles weiß, in so eine Lage geraten? Ja, wieso? Das ist die gute Frage. Das habe ich mich auch gefragt. Wieso? Ganz klar, weil ich eben diese Warnleuchten missachtet habe. Diese Warnleuchte von dem Kühlwasser, diese Warnleuchte vom Öldruck und all diese Warnleuchten, die mir die Seele geschickt hat, habe ich missachtet. Das bedeutet, du hast so viel gearbeitet und hattest so viel Stress oder was war die... Der Hintergrund, warum ich das missachtet habe, das war diese Sucht. Man sagt, ein Elemental nennen wir das, die Sucht immer mehr zu haben, gleich zu sein wie der andere. Dadurch war natürlich der Zug nach Geld, nach dem schnöden Mammon, war größer, als auf die Botschaft der Seele zu hören. Ja, ich finde das jetzt sehr interessant. Für die Zuschauer vielleicht auch, weil natürlich, wenn man eine körperliche Erkrankung hat, das ist klar, dann, also man hat die körperliche Erkrankung. Aber wenn man jetzt eine geistig-seelische Ursache hat, sagen wir mal, oder Erkrankung, nicht Ursache, sondern Erkrankung, nämlich Sucht. Du hast gerade gesagt, Sucht. Es kann die Sucht nach Geld sein, es kann die Sucht nach Alkohol sein, es kann die Sucht nach Sex sein, es kann die Sucht nach Einkaufen sein. Oh, da gibt es tausend andere Geschichten. Was ist die Botschaft der Seele jetzt bezüglich einer Sucht? Eine Sucht kann verschiedene Ursachen haben. Erstens kann die Sucht aus früheren Inkarnationen mitgebracht worden sein, sprich, man sagt dazu ein Karma. Wenn du in einer früheren Inkarnation zum Beispiel kein Geld gehabt hast, aufgrund von einem Armutsgelübde, dann hast du in dieser Situation immer den Drang, Geld zu bekommen. Aber du wirst es nie bekommen wegen diesem Gelübde. Und das kann zur Sucht ausarbeiten. Spitzensportler sind süchtige Personen. Extrem Kletterer. Ja, um Anerkennung zu bekommen, Wertschätzung zu bekommen. Alkoholiker, das ist ein Suchtproblem, weil sie zu wenig Wertigkeit haben. Du kannst davon ausgehen, alles was mit Süchten zu tun hat, ist ein Wertigkeitsthema. Da beginnt es natürlich schon bei der Zeugung, was der Vater oder die Mutter gedacht haben, als sie dich gezeugt haben. Und deshalb sage ich immer, wenn jemand eine Sucht hat, ist es wichtig, dass man zuerst nachschaut, ob diese Person eine Besetzung hat, ob sie von dieser Besetzung getrieben wird. Und dass man erst bei jemandem, der eine Sucht hat, die Besetzung entfernt. Aber was ist eine Besetzung? Eine Besetzung ist eine Energie, die dich immer wieder treibt. Ich habe hier ein gutes Beispiel. Du gehst am Sonntagabend spazieren durch die Stadt und du siehst im Schaufenster ein paar Schuhe. Genau. Und dann läufst du weiter. Am nächsten Wochenende läufst du wieder durch die Stadt und siehst wieder solche Schuhe. Dann sagst du, ich könnte ja mal reingehen und die Schuhe probieren. Dann wirst du deinen nächsten Spaziergang so legen, dass der Laden auf hat und du reingehst, die Schuhe probierst. Dann lass es wieder gehen und du gehst weiter. Dann hinterher kommt die Sucht, man nennt das auch ein Elemental, dann kommt die Sucht, ich brauche die Schuhe. Genau. Und dann kaufst du die Schuhe. Du wirst also aus deinem Inneren getrieben durch eine Energie, die du nicht steuern kannst. Ja. Und wie löst man dann die, oder wie heilt man dann sowas? Das kennen ja viele Leute. Also ich meine jetzt vielleicht nicht in dem großen Ausmaß, aber kleine Süchteleien oder Ablenkungen haben ja viele Menschen. Wir haben ja viele, viele Themen, zum Beispiel der Ruf des Kühlschranks. Genau, viel Essen. Ja, nicht viel Essen, aber so dieses, du isst eine Tafel Schokolade, legst die Hälfte in den Kühlschrank, dann sitzt du am Fernseher und dann geht es eine Viertelstunde und dann ruft der Kühlschrank oder die Schokolade, hol mich doch, hol mich doch, ich bin doch da. Genau. Und dann? Und das hat alles was damit zu tun mit Selbstbewusstsein und Wertigkeit. Hier sitzt die Ursache, wie ich vorhin schon erwähnt habe, in der Zeit, als du gezeugt wurdest, die Gedankenschwingung Eizelle, Gedankenschwingung Samenzelle, dann der Prozess der neuen Schwangerschaftsmonate, der Vater wollte einen Jungen, dann wird es ein Mädchen, auch das kann dazu sein, dass das Mädchen nachher so süchtig ist, um immer zu beweisen, wie gut sie ist. Und dann kommen die ersten sieben Lebensjahre, die sehr prägnant sind, lass das sein, du kannst es nicht, du darfst es nicht, du bist zu blöd dazu. Und das steuert dann später die Suchtprobleme. Egal, was du für eine Sucht hast, Sucht ist ja immer ein Thema, wo man Anerkennung, Wertschätzung, Aufmerksamkeit sucht. So, jetzt löst man erst mal dieses Thema aus dem Unterbewusstsein, baut das Selbstwertgefühl auf und dann erst beginnt man, sich dem Problem Sucht zu stellen. Du kannst nicht einen, der alkoholsüchtig ist, schon jeden Tag so und so viel Alkohol trinkt, in einer Sitzung verändern. Das meinte ich. Man muss das schrittweise zurückführen. Eben, weil die Erfahrung von mir ist ja, Selbstwert entsteht ja nicht so, sondern das ist ja ein Prozess. Genau. Und wie begleitest du dann jetzt als Schamane diese Herstellung des Selbstwerts oder des Vertrauens? Die Herstellung des Selbstwerts kann ich nicht herstellen. Aber wie machst du es als Schamane? Dann wäre ich ein Scharlatan. Ja. Was ich mache, ich suche nach der Wurzel, der Ursache, warum man kein Selbstbewusstsein hat. Und diese Wurzel, diese Verletzung aus dem Unterbewusstsein zu löschen, da gibt es verschiedene Techniken, die ein guter Schamane hat. Diese Techniken lerne ich bei mir auch im Seminar. Was ist als Beispiel? Als Beispiel wäre zum Beispiel eine Klatschtechnik, wir haben eine Augentechnik, wir haben die Möglichkeit über eine Blitzhypnose. Also es gibt verschiedene Techniken. Aber woher weißt du, was die Ursache ist, wenn es schon im Kindheitsalter ist? Man sagt dazu, die Seele kann nicht reden, aber sie sendet Botschaften. Botschaften über deine Aura, Botschaften über deine Augen, Botschaften über deine Hände. Und über die Hände kann ich alles über dich erfahren, alles. Und wenn ich alles sage, dann meine ich alles. Selbst die Gedanken, was dein Vater bei deiner Zeugung oder deine Mutter bei deiner Zeugung gedacht hat. Das sieht man an den Händen. Das ist jetzt wichtig, weil du hast ja auch ein Buch geschrieben. Ein sehr gutes Buch. Ja, du hast ein Buch geschrieben, wie heißt es, was die Finger über uns verraten. Was die Finger über uns verraten. Könntest du mal für die Zuschauer erklären, also jetzt nicht nur bei mir, sondern grundsätzlich, was verraten Finger über meine Seele? Es gibt so ein paar banale Beispiele. Wenn zum Beispiel der Daumen im oberen Bereich sich so extrem nach hinten biegt, das heißt, deine Seele ist eigentlich noch gar nie da, weil sie nie geliebt wurde. Das ist auch so ein Zeichen für Selbstbewusstsein. Dann am kleinen Finger erkennt man das meiste. Wenn der kleine Finger nach außen wächst, dann wurde die Seele abgelehnt. Beispiel? Ich sage immer Beispiele dazu. Wenn die Eltern geschnachselt haben und beide haben gehofft, hoffentlich wird sie nicht schwanger. Das kann man am kleinen Finger erkennen. Wenn dann der kleine Finger sich im Bogen zum Ringfinger bildet, dann zeigt das auf, dass ein ganz tiefer Herzschmerz da ist. Oder wenn sich der kleine Finger krümmt zur Innenhandfläche, dann ist so eine tiefe Verletzung, dass die Seele sagt, für diese Seele mache ich keinen Finger mehr krumm. Und jetzt ist ja die Frage, wie weiß ich das, wer so gedacht hat. Deshalb ist es wichtig, vorher zu erfahren, ob jemand Rechtshänder oder Linkshänder ist. Wieso ist das wichtig? Ja, um zu wissen, wo kommt die Blockade her. Ah, okay. Alles, was bei einem Rechtshänder rechts zu sehen ist, ist ein männliches Thema und links ein weibliches. Und jetzt sagen viele Leute, ja, ich bin Rechtshänder. Und meine Intuition sagt mir sofort, nee, das ist Linkshänder. Ich meine, die Erfahrung dürftest du ja erleben. Aber bei mir auch so, ja. Und deshalb gibt es auch hier eine ganz spezielle Technik, um zu überprüfen, ob jemand Rechtshänder ist oder Linkshänder. Wir nennen das im Seminar die Glatschtechnik. Okay. Und es geht natürlich unglaublich weit. Im Seminar fangen wir von der Pike auf an bis zur Verwendung. Könntest du mal die Glatschtechnik, können wir die mal für die Zuschauer jetzt vormachen? Wie geht die? Also es geht so, der Patient schließt die Augen. Okay. Denkt an ein wunderschönes Konzert. Okay. Das Konzert ist aus und jetzt Glatschbeifall. So, wie ihr seht, ein Rechtshänder würde so klatschen. Ach so. Ein Linkshänder würde so klatschen und ein umerzogener Linkshänder klatzt so. Das heißt, alles, was bei einem umerzogenen Linkshänder links ist, ist männliches Thema und rechtsweiblich. Das ist natürlich nicht nur, was die Finger verraten, das ist auch das, was die Beinstellung verrät, wenn du gehst. An der Beinstellung kann man natürlich auch schon sehen, wenn die Beine in einer bestimmten Richtung stehen und sie kreuzen sich nach innen, dann ist man blockiert. Oder wenn ein Fuß ganz schräg nach außen steht, dann will die Seele einen anderen Weg gehen, als sie geht. Und das ist natürlich auch eine Botschaft von der Seele. Wo bin ich blockiert? Wo kann ich meine Fähigkeiten gar nicht ausleben? Und dann kann man diese Fähigkeit, die die Seele eigentlich hat, aber blockiert ist, diese Blockade auflösen und schon bleibt sie. Was ich mich immer frage ist, bei gesundheitlichen Themen, oder jetzt sagen wir mal chronische Krankheit zum Beispiel, will denn die Seele gesund werden? Oder will die Seele diese Erfahrung machen, ich habe diese Krankheit mein Leben lang? Die Seele kommt, um Erfahrungen zu sammeln. Eben. Die Seele inkarniert und schreibt vorher ihren Seelenplan. Aber in diesem Seelenplan steht nicht drin, dass sie eine Krankheit haben will. Das steht nicht dran? Nein, das ist nicht geplant. Sie steht drin, dass sie verletzt wird, dass sie gedemütigt wird, dass sie erniedrigt wird, dass sie Freude hat. Aber dass sie krank wird, das beschließt sie nicht. Und jetzt könnte man doch sagen, ja, aber da wachsen so viele daher mit Down-Syndrom. Oder kommen krank zur Welt. Ja, kommen krank zur Welt. Da ist es für den Schamanen wichtig zu schauen, was ist passiert, als die Mutter schwanger war. Ist es eine alte Seele? Hat sie das im Seelenplan mitgebracht, um jungen Seelen etwas zu lernen? Und da ist es sehr wichtig, dass man das kontrolliert. Ich versuche dir mal ein Beispiel zu sagen. Ich habe neulich eine Mutter gehabt mit einem Kind. Das Kind mit vier Jahren trägt jetzt noch eine Augenklappe. Ja, mein Kind schielt. Und deshalb hat es die Augenklappe. Dann habe ich mir das angeschaut und bekomme sofort eine Botschaft. Das ist meine Intuition. Ich schaue jemanden an und bekomme sofort, zack, geht bei mir, sekundenschnell. Dann sage ich zu ihr, was war los, als du im vierten Monat schwanger warst? Die erste Botschaft, nichts. Ich sage, komm, erzähl mir, ich weiß, dass was los war. Was war los? Dann sage ich, ja, sagt sie, da bin ich von meinem Mann verletzt worden. Er hat mich betrogen. Dann sage ich, und du hast dir das Thema nicht angeschaut, wegen deinem Kind. Nein, ich habe weggeschaut. Das ist das Schielen von deiner Tochter. Wir haben eine Zeitreise in die Vergangenheit gemacht, haben dieses Thema aus ihrem Unterbewusstsein gelöscht. Acht Monate später gab es kein Schielen mehr. Ja, wunderbar. Das ist immer, wenn man die Botschaft versteht. Das ist die Schwierigkeit für den Laien. Für den Zuschauer, für mich. Darum sage ich immer für den Laien, er sollte darauf achten, was er aufgrund dieser Unpässlichkeit nicht mehr tun kann. Oder woran ihn diese Unpässlichkeit hindert, zu gehen. Und darum geht es. Und das geht es. Und das zu erkennen, das zu deuten, das ist die Fähigkeit, die ein Seelenschamani hat. Das hat nichts mit anderem Schamanismus zu tun, gar nichts. Und hier, glaube ich, ist es schon ein ganz wichtiger Schritt, dass wir lernen, unsere Intuition zu leben. Weil die Seele sendet ja was. Sie sendet Schwingung. Und diese Schwingung trifft bei mir auf, erzeugt bei mir ein Gedanke, ein Bild und ein Gefühl. Und dadurch habe ich eigentlich schon die Antwort, bevor ihr was fragt. Beispiel wäre jetzt, wo viele Menschen darunter leiden unter Fersensporn. Viele lassen sich den Fersensporn rausoperieren. Es ist eigentlich sinnlos, weil es kommt wieder, weil er die seelische Ursache nicht geklärt hat. Jede Krankheit kommt wieder, oder? Fersensporn, ja, kann man so sagen. Fersensporn heißt, diese Person tritt zu fest auf. Sie ist zu hart zu sich selber und sie ist zu hart in Verhandlungen. Und wäre sie ein bisschen sanfter und würde Leben und Leben lassen, dieses Leben führen, als auch mal den anderen nicht bis zum letzten Cent verhandeln und ihn ausnehmen, dann verschwindet der Fersensporn von ganz alleine. Von ganz alleine. Jetzt angenommen, ein Zuschauer hat ein körperliches Symptom. Wie kann ihm seine Seele helfen? Welche Botschaften schickt sie ihm, damit er wieder gesund wird? Beispiel. Gibt es auch viele Beispiele. Knieschmerzen. Wenn jemand Knieschmerzen hat, dann ist das immer ein Zeichen, dass er zu viel den Bückling macht. Bückling heißt, er kniet zu viel nieder. Das heißt, er unterwirft sich. Er ist nicht in der Lage, Nein zu sagen. Also es ist wichtig, wo das Symptom ist. Ja, und wenn es jetzt bei einem Rechtshändler am rechten Knie wäre, dann würde er gegenüber einer männlichen Person nicht in der Lage sein, Nein zu sagen. Okay. Deshalb ist es hier wichtig, um hier Abhilfe zu schaffen, dass diese Person selbstbewusster wird und dass die Person lernt, sich abzugrenzen und auch mal Nein zu sagen. Aber das tun viele nicht. Gerade im Bereich, in der Familie zum Beispiel, die Frau ist für alles da. Früher war das so, heute ist das schon ein bisschen anders. Und die Frau, die haben früher sehr oft unter Knieschmerzen gelebt, weil sie einfach den Bückling gemacht haben. Anders ist es bei Gicht, Rheuma, Arthrose, Fibromyalgie, Weichteilrheuma. Da ist es der Hintergrund, diese Seele macht zu viel, um Anerkennung, Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie ist ein Kümmerer. Sie kümmert sich um alles. Die Ursache liegt hier in der Schwangerschaft. Beispiel wäre, wenn der Vater gedacht hat, hoffentlich wird es ein Junge und es wird dann ein Mädchen. Dann kämpft das Mädchen extrem, um beachtet zu werden, Anerkennung zu kriegen. Ich bin genauso gut wie ein Mann. Das sind so diese typischen Verhaltensregeln für Gicht, Rheuma, Arthrose. Und was ist dann deine Rolle als Seelenschamane beim Heilungsprozess? Gar keine. Wenn man jetzt zu dir kommt mit einer Krankheit. Ich löse lediglich die Blockade. Beim Heilungsprozess habe ich keinen Einfluss drauf. Das macht die Person selbst. Es geht nur, dass es die Person selber hat. Das erlebe ich ja immer wieder und das ist das Schade. Es gibt so viele, die sich Schamanen nennen. Viele. Und viele sagen dann immer, komm zu mir, ich heile dich. Soll ich nichts dazu sagen? Soll ich was dazu sagen? Wichtig ist, dass wir verstehen, niemand kann dich heilen. Nur du selbst. Und da ist es wichtig. Die Schulmedizin ist wichtig. Ich wiederhole mich jetzt. Weil das wichtig ist. Und das durfte ich selber erfahren, dass die Schulmedizin wichtig ist. Aber heilen kann ich nur durch meine innere Einstellung. Und diese innere Einstellung, die war interessant, als ich im Koma lag. Ich lag ja sechs Wochen im Koma. Und da lag mein Körper und ich bin so oben rumgeschwebt. Und das, früher habe ich das immer belächelt. So, wenn das einer erzählt hat. Aber seit ich dem das selber erleben durfte, habe ich da eine ganz andere Einstellung. Und da stand plötzlich mein Vater neben mir. Ich habe ja schon fünf Herzinfarkte. Und dann stand plötzlich mein Vater neben mir. Und wir haben uns ausgesprochen. Wir haben durch dieses Gespräch die Blockade gelöst. Und jetzt beginnt die Heilung wieder. Ihr hört seit ungefähr sechs bis acht Wochen mein Herz wieder schlagen. Das Ganze war im November 2020. Und jetzt seit acht Wochen schlägt mein Herz wieder. Ich habe so eine Pumpe drin, die das Herz bisher im Blutfluss gehalten hat. Aber es hat nicht geschlagen. Und durch das, dass ich mir meine Themen angeschaut habe und die Blockade gelöst habe. Durch das kommt die Veränderung. Jetzt könnte man ja sagen, aber wie löst er an sich selber die Blockade? Was ist da, wie kann der das lösen? Da ist doch niemand da. Bis zu einem gewissen Grad kann ich selber machen. Aber dann brauche ich Unterstützung von einem Schamanen, der auf der gleichen Art, wie ich, arbeitet. Und das ist meine Frau. Die unterstützt mich dann natürlich. Die hat mich in dieser Zeit sehr gut unterstützt. Und durch diese Unterstützung habe ich meine Knickhand verloren. Ich kann wieder arbeiten. Und ich bin aus dem Rollstuhl rausgekommen, weil ich meine Themen selber aufgearbeitet habe. Das Interessante an dem ist jetzt, dass du mit deinem verstorbenen Vater kommuniziert hast, um diesen Konflikt zu lösen. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, Kontakt zu Verstorbenen. Verbindung zum Jenseits. Genau. Jetzt, wenn ein Zuschauer auch Themen hat, sagen wir mal mit der verstorbenen Mutter oder verstorbenen Vater, wie geht man in Kontakt mit den Verstorbenen? Ich habe neulich einen tollen Fall gehabt. Den erzähl ich jetzt mal. Bitte. Ich habe eine, der Vater, die Mutter ist schon lange gestorben, jetzt ist der Vater gestorben. Es sind vier Geschwister. Und die haben sich um das Erbe gestritten. Und einer dieser Geschwister sagt, er weiß, der Vater hat ein Testament gemacht, aber sie finden das Testament nicht. Okay, habe ich gesagt, ich werde mit deinem Vater reden. Und dann habe ich mich energetisch verbunden und ich verbinde mich immer mit meinem verstorbenen Bruder und bitte, diese Seele mit der anderen verstorbenen Seele Kontakt herzustellen. Und dann frage ich, dann sage ich, wo ist das Testament? Dann plötzlich kommt bei mir die Intuition. Das Testament ist in dem Schrank, der steht im Keller, da sind vier Schubladen. In der untersten Schublade ist es von unten angeklebt, das Testament. Dann habe ich das mal einem Klienten mitgeteilt, der ging nach Hause, tatsächlich, da war das Testament. Aber die Technik ist, glaube ich, etwas, was wir lernen dürfen. Und das haben wir Menschen alle verlernt. Das selbstständige Denken. Wir denken, das, was uns anerzogen wird, Kindergarten, Schulausbildung, Lehre, Partnerschaft, die Familie. Also sprich, das macht man so, weil es alle so machen. Genau. Wir haben verlernt, auf unser Bauchgefühl zu hören. In der Kindheit, wenn man zurückdenkt, war das ganz anders. Und das tun wir nicht mehr. Und genau so ist eigentlich Seelenschamanismus oder Verbindung zum Jenseits. Du stellst eine Frage, die Frage hat eine Schwingung an die geistige Welt. Ich sage immer an das morphogenetische Feld. Und diese Schwingung sendet dir eine Schwingung zurück. Das ist dein erstes Gefühl, dein erstes Bild, dein erster Gedanke, das ist die Antwort. Aber das ist genau die Krux von einem Seelenschamanen, diese Fähigkeit zu besitzen. Und diese Fähigkeit kann man sich erarbeiten. Weil wir haben sie ja in uns, diese Fähigkeit. Aber was heißt erarbeiten? Das heißt, ich stelle Fragen, aber wenn ich jetzt kein Zeichen bekomme und keine... Ich versuche es dir anders zu erklären. Du hast ein Rennpferd und da hängt ein Psyche hinten dran, ein Hänger, sage ich jetzt einfach mal. Das Pferd ist gewohnt zu rennen und zu rennen und zu rennen. Das ist deine Kindheit. Und während deinem ganzen Leben kommt immer ein Strohbein auf den Hänger. Immer mehr, immer mehr. Und irgendwann rennst du und du rennst und du kommst nicht mehr vorwärts. Das sind die Blockaden, den Rucksack, den wir tragen. Und jetzt, durch die Ausbildung, die ich mache mit meinen Schülern, fange ich an, den Rucksack leer zu machen. Sprich, ein Strohbein vom Hänger runter zu nehmen. Also die konditionierten Gedanken einfach aufzulösen. Genau. Oder bewusst zu machen. Erst die Blockaden aufzulösen, dann wirst du wieder frei. Das ist wie das Pferd, das dann leeren Hänger hat, dann kannst du wieder rennen. Und genau so musst du dir das vorstellen, wenn meine Schüler kommen, dann ist das ein Prozess. Das dauert 20 Tage, die Ausbildung. Und in diesen 20 Tagen verändert sich die Denkweise meines Schülers. Und dadurch verändert er sich selber. Er wird freier. Er wird intuitiver. Er entscheidet viel schneller. Er entscheidet aus dem Herzen raus. Und ist in der Lage, dann andere Seelen in ihrer Heilung zu unterstützen. Und gibt es auch Zeichen vom Jenseits, die uns geschickt werden, gerade auf dem Heilungsweg zum Beispiel. Und was könnten solche Zeichen sein? Das sind nicht vom Jenseits diese Zeichen. Oder von der geistigen Welt. Die sind aus der geistigen Welt. Das sind ja viele Botschaften. Wenn du zum Beispiel plötzlich aufwachst und du hast Schulterschmerzen, dann ist das eine Botschaft. Dass du dir zu viel aufladest. Oder zum Beispiel, wenn du nachts schläfst und dann fängst du an zu schnarchen oder Zähne knirschen. Das ist ein Zeichen, dass du Themen hast, die du tagsüber nicht aufgearbeitet hast. Arbeitest du in Zukunft deine Themen auf, indem du jeden Abend vorher fünf Minuten spazieren gehst, alleine deinen Tag laut Revue passieren lässt, da hört dein Schnarchen auf. Aber das sind immer nur körperliche Zeichen. Nein. Können es auch andere Zeichen sein? Selbstverständlich. Wir haben viele junge Leute mit Depressionen. Wir haben viele junge Leute mit Burnout. Das hat immer was damit zu tun, dass sie zu wenig Selbstbewusstsein haben. Die Angst zu versagen. Sie trauen sich nicht. Warum nicht? Erziehung in den ersten sieben Lebensjahren. Sei ruhig, sei still, sei leise. Und dadurch werden sie natürlich in ihren Entscheidungen blockiert. Und auch hier ist es wichtig, dass man schaut, wo ist die Ursache? Also sprich, an die Wurzel geht. Hat es die Ursache was mit seinem Vater zu tun? Liegt die Ursache beim Großvater, beim Urgroßvater? Oder zum Beispiel gibt es auch ein ganz tolles Erlebnis. Da kommt eine Frau zu mir, die mit ihrem Leben nicht klarkommt. Und jeder zweite Satz, ich bin genau wie meine Mutter. Dann sage ich zu ihr eine erste Frage. Hast du eine Mutter mal? Ja. Dann sage ich, du lebst eigentlich gar nicht dein Leben, du lebst das Leben deiner Mutter. Ja, genau so komme ich mir vor. Aber was ist da passiert? Als die Mutter mit ihr schwanger war, hatte sie Schwierigkeiten in der Schwangerschaft. Oder bei einer Frau, der Vater wollte ihren Jungen. Und da hat die Mutter Angst gehabt, ihr Kind zu verlieren. Dadurch entsteht die ganz enge Bindung Seele-Mutter, Seele-Kind. Und diese enge Verbindung löst sich nicht von alleine. Ja, aber wie löst man dann diese? Ja, das gibt es eine spezielle Technik. Und wenn man diese Verbindung löst, dann plötzlich wird diese Person sich ganz anders entscheiden. Viel schneller, viel spontaner und wird nicht jede Entscheidung hinterfragen. Und da gibt es eine spezielle Technik bei uns in der Schule. Die interessiert mich jetzt. Die interessiert mich. Wir nennen das die Glatschtechnik. Okay. Und mit der Glatschtechnik ist es auch wieder so, man sagt zu der Person, schließe deine Augen. Ich mache mal mit. Okay. Denk mal ganz intensiv an deine Mutter. Mhm. Ganz intensiv. Mhm. Jetzt kann man schon sehen, deine Augenlider fangen an zu flattern. Mhm. Das heißt, in deinem Unterbewusstsein ist etwas, was dich blockiert. Das wäre meine Frage. Hast du eine Mutter mal? Ja. Ja, ja. Okay. Das heißt, du lebst eigentlich das Leben deiner Mutter. Und wenn man dann in einem bestimmten, das geht hier nicht wegen den vielen Geräten, aber wenn man dann in einem bestimmten Moment, der Schamane erkennt es an deinen Augen, oder erkennt es, wenn du schluckst, und dann in einem bestimmten Moment die Seele erschrickt, dann kann sie diesen Gedanken nicht mehr in ihrem Kurzzeitgedächtnis ablegen. Und das macht man dreimal hintereinander und dann ist das aufgelöst. Und der Witz zum Beispiel, die Muttermale können sogar verschwinden. Wahnsinn. Okay. Und diese Klatschtechnik kannst du in allem verwenden. Das lerne ich auch im Seminar den Schülern, ob das jetzt eine Phobie ist, ob das ein Suchtproblem ist, ob das Höhenangst ist, Flugangst, das kann man in allem anwenden. Also praktisch, man stellt sich die Situation vor und klatscht dreimal kurz. Wenn man erkennt, dass die Seele was gefunden hat. Ein einziges Mal. Und was hat die Seele dann gefunden? Du musst dir das so vorstellen. Wir Menschen, wir haben einmal das Kurzzeitgedächtnis. Und dann haben wir das Langzeitgedächtnis. Ungefähr dreimal so viel. Da ist viel Mutter drin im Langzeitgedächtnis. Kurzzeitgedächtnis ist das drin, an was du dich direkt erinnern kannst. Langzeitgedächtnis ist das drin, an das du keine Erinnerung mehr hast. Du weißt ja gar nicht, wie die Schwangerschaft abgelaufen ist. Und das steuert dein Unterbewusstsein. Mit dieser Technik holen wir aus dem Unterbewusstsein diese Blockade raus. Okay. Also ich weiß, meine Mutter hatte eine furchtbare Schwangerschaft. Die sagt, das war ganz schlimm. Das weiß ich. Jetzt weiß ich das. Und dann, wenn ich mich erinnere, dann klatsche ich und dann weißt du... Nein, du kannst es selber nicht machen. Okay, ich verstehe. Ein Schamane. Aber es könnte zum Beispiel dein Partner machen. Du musst es ihm erklären, wie das funktioniert. Und dann könnte er das mit dir machen. Aber da gibt es natürlich noch viel, viel, viel andere Möglichkeiten. Wir haben eine Möglichkeit, den nennt man die Augentechnik. Oder wir haben die Möglichkeit der Blitzhypnose. Natürlich wäre das jetzt, das klingt jetzt so unendlich. Wir könnten uns jetzt zwei Monate unterhalten und es kommen tausend Sachen raus. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Du hast mir jetzt vorher auch in der Vorbereitung gesagt, dass die Menschen immer zu dir kommen mit einer Geschichte, mit einer gedanklichen Geschichte zur Krankheit, zum Symptom. Die möchtest du gar nicht hören. Und die Frage ist jetzt, welchen Einfluss hat die Identifikation mit der eigenen Krankheitsgeschichte auf die Heilung? Also wenn ich sehr identifiziert bin mit dem, ich bin doch ein kranker Mensch, dann kann ich noch nicht geheilt werden, oder? Das ist ja so. Niemand kann dich heilen. Das muss man immer wieder sagen. Jeder Mensch, der zu mir kommt, er versucht mir immer ein Märchen zu erzählen. Meine Großmutter, meine Urgroßmutter, das habe ich seit der Kindheit, das habe ich seit dann. Ich versuche den Leuten immer klarzumachen, was ich möchte, einen Punkt. Herzschmerz, Augenprobleme, Zahnprobleme, Krebs. Mehr brauche ich nicht. Und dann schaue ich nach, wo ist die Wurzel? Die Ursache von diesem, ich sage mal, zum Beispiel Leukämie oder Prostatakrebs oder was auch immer. Und ich finde die Ursache und allein durch das Gespräch sende ich eine Schwingung und bei der Person beginnt schon der Heilungsprozess. Das zählt, Schamanismus. Und ich kann sagen, ich spüre deine Schwingung auch jetzt im Interview. Ich spüre sie wirklich. Vielen herzlichen Dank für den Einblick in deine Arbeit, für dieses wunderbare Interview und das Gespräch. Danke dir sehr. Ja, gerne. Liebe Zuschauer, das war ein sehr berührendes Interview auch für mich persönlich und ich habe seine starke Schwingung gespürt. Ihr findet natürlich Informationen zu meinem Interviewgast in den Bauchbänden und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr gerade dieses Interview, wenn es um das Thema Heilung geht, was ja so wichtig ist, wenn ihr das viel kommentiert, eure Erfahrungen schreibt und auch oft teilt, damit viele Menschen von diesem Wissen profitieren. Bis zum nächsten Interview. Bis bald. Eure Bettina.